Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil, der Directors Cut. In der letzten Folge haben wir der Pflanze den Garaus gemacht, haben einen neuen Schlüssel gefunden, viele neue Orte, mehr Munition und sind jetzt hier und werden mal kurz eben einen Schalter oben legen, der uns hoffentlich nicht oben legen wird. Haha, lustig. Es öffnet sich was. Hey, aus dem Aquarium wird das... dem Aquarium wird das Wasser entzogen. Ja, tut mir leid. Da habe ich mich gerade ein bisschen versprochen und hey, können wir das jetzt schieben? Ähm, ja, müssen wir das... okay. Ich denke mal, das ist irgendwie anders geplant. Oder ist da jetzt was drin? Nein, ich denke mal, das... äh, ach genau. Warte mal, ich habe doch da doch schon was gesehen, ja. Das ist irgendwie... Incriven. Nein. Da habe ich jetzt leider kein Interesse dran. Ich denke mal, das ist anders geplant. Also werden wir einfach mal den Raum resetten. Booyah! Kurzer Zwischenbericht, wir haben es. Viertel, vier. So, dann würde ich sagen, kommen wir hier dahinter. Gut. Dann schieben wir das Aquarium so lang, damit der Schrank hier auch Platz hat. Damit wir an dieses Teil da rankommen. Was haben wir hier? Will you take the expo... Hm, ja... Okay. Bazooka-Munition. Herzlichen Glückwunsch. Schön. Also in letzter Zeit sammeln wir ganz schön viel Schrott ein, finde ich jetzt. Also Bazooka ist okay, aber wie gesagt, ich würde ganz gerne storymäßig ein bisschen weiterkommen. Und da kann mich die Moni mal, ehrlich gesagt. Dann doch lieber Heilkräuter. Und wir haben aber noch einen neuen Raum. Und werden mal gucken. Hier liegt auf jeden Fall wieder was. Ähm, wir haben hier ein Feuerzeug, was wir natürlich nicht nehmen können, was sehr schade ist. Was haben wir noch hier? Ähm, oh mein Gott. Ja, Pult, Pistol, Munition können wir auf jeden Fall noch nehmen. Ich glaube, ich muss mal, ähm, zur Kiste gehen und sämtlichsten Schwachsinn ausladen und dann alles einsammeln und, ne, so einen Rundgang machen. Denn hier haben wir nämlich, ähm, ja, Kräuter. Ja, verdammt. Aber ich denke, das können wir anders lösen. Wir werden das jetzt einfach mal benutzen. Haben wieder grün, können dann das hier nehmen. Und wir haben ja immer noch die Kaputus-Schrotflinte bei, bei der man ja auch nicht weiß, was man damit anstellen soll. Da haben wir noch einen, guck mal, ganz schön verpixelt, oder? Da haben wir auf jeden Fall noch einen Spiegel oder so. Gut, sie möchte nicht Schneewittchen spielen, ist okay. Das ist ja alles schön und gut, aber so richtig helfen tut das jetzt auch nicht. Hier haben wir auf jeden Fall, so wie es aussieht, alles erkundet. Ähm, wie geht ihr hier? Ich weiß es gerade nicht. Tatsache. Gut, dann werden wir, denke ich, mal hier lang gehen. Und hoffentlich kommt jetzt, okay, ich dachte, da kommt jetzt ein Zombie. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal drin, ne? Dächte ich jetzt? Aber ich kann mich ja auch, oh nein. Gut, wo sind wir jetzt? Hier. Die Tür kriegen wir vielleicht noch auf. Und die... Nein, okay, hier brauchen wir hier Helm. Also ich hab jetzt, wenn ich richtig aufgepasst hab, hab ich jetzt zwei Räume mit einem Helm. Symbol. Wenn ich jetzt richtig aufgepasst hab und so. Das heißt, wir werden jetzt hier mal die Treppe runtergehen. Würdest du bitte? Dankeschön. Und bitte noch einmal. Hier brauchst du natürlich, äh, den Ladebildschirm zur Hilfe, ne? Weil sie ja sonst die Treppen runterfallen könnte oder so, keine Ahnung. Und hier haben wir jetzt Zombie. Erstmal nachladen. Hossa, hollet die Waldfee. Eins, zwei, drei, vier. Ja, spuck mich mal an, ey. Okay, okay, das war jetzt ein bisschen doof, aber wir sind jetzt auf jeden Fall im ersten Stockwerk. Und... Wo führt mich dann diese Tür schon wieder hin? Ich wage zu behaupten, dass der Zombie dann gleich wieder da steht, aber okay. Okay, hier können wir dann... Ah, die Tore. Perfekt. Besser könnte es auch gar nicht gehen. Gut, dann muss ich jetzt mal überlegen. Ich weiß gerade nicht, was ich damit machen soll, also schmeiße ich das weg. Die sowieso... Pistole kann ich gebrauchen. Wir haben ja jetzt, ähm, im Endeffekt alles aufgeschlossen. Ich hoffe, dass wir die Schlüssel nicht mehr brauchen, also schmeiße ich die jetzt auch mal weg. Dann... Ähm... Dupi, 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 packen wir die Schrot hier ein. Und... Ja, was ich... Mit dem, äh, Rest... Mit dem Restzeugs machen werde, was da rumlag, weiß ich noch nicht. Also, vielleicht werde ich das Offscreen einsammeln, oder falls ich's da mal brauche, auch. Momentan sieht der nicht danach aus. Und hey, er ist nicht mehr da, das freut mich. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Und, ja, wir brauchen jetzt... Zwei Diamanten-ähnliche Blau-Rot-Teile, die wir da einsetzen können, oder so ähnlich. Hier brauchen wir auch den Helm. Oh mein Gott. Ich bin schon wieder auf diesen Zombie reingefallen. Ab durch die Sims-Tür, hey. War hier eine Tür? Ich weiß es grad nicht. Oder waren hier nur die Bilder? Nein, hier waren nur die Bilder. Ich meine, was steht denn hier? A picture of a bold-looking old man. Der ist a switch. Nein. Also ich denke mal, da brauchen wir noch mehr Infos für. Ich weiß nicht, ob man das Ganze triggern kann, wenn man die Lösung googelt, aber wir wollen's mal nicht testen, weil wir suchen ja nach, ja, Tiger-Augen oder so ähnlich. Der kommt der Zombie jetzt mal hier in den Ecke. Den knallen wir mal kurz ab. Eins, zwei, drei, vier. Ja, manchmal brauchen wir auch unsere Dreischuss, manchmal vier. Ich check's nicht. Hier haben wir noch eine Tür. Ja. Und hier führt uns nach draußen. Ja, mal gucken, ob wir jetzt dem, ähm, Doggy ausweichen können. Obwohl, nein. Da brauche ich einen Code. Da brauche ich einen Code. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass einer in den Notizen stand. Ich werde aber sicher jetzt mal mal nachgucken. File. Ja, komm, wir gucken jetzt mal alles durch. Bla. Ah, wir brauchen ja im Endeffekt nur nach Zahlen gucken. Hallo? Ja? Ja? Ja. Er ist also so eingeteilt. Du, 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 du. Nein. Es ist, äh, kein Code da. Und, hey. Ich, äh, ich sag dazu mal nix, ne? Also, das Respawn von Zombies bei einem Spiel, wo man kaum Munition hat, ähm, ja. So, ne, finde ich jetzt nicht so toll. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Obwohl. Ähm, hier haben wir noch einen Raum. Ach genau, da brauchen wir ja den Helm. Da oben geht's nicht. Das heißt, wir müssen ganz nach rechts. Wobei. Wobei. Ich denke mal, dann muss ich den Schlüssel doch noch einmal mitnehmen. Sonst habe ich dann doch ein Problem. Falls wir den echt nochmal brauchen. Das ist ja kein Problem. Wir sind ja hier. Ähm. Wir brauchen den silbernen Schlüssel. Ich nehme jetzt einfach mal Silber. Also, den mit der Rüstung. With the armor. Und dann werden wir mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwie den Weg zurückfinden. Da müsste ich ja theoretisch auch durch diese Tür hier gehen. Ach genau, und dann einfach nach rechts. Ja. Das müsste so hinhauen. Yay. Und jetzt sind wir hier. Und sind quasi schon fast an der Tür. Und hier dürfte eigentlich auch theoretisch kein Zombie kommen. Aber hey, mein Bildschirmschoner. Ich muss das echt umstellen. Aber ich vergesse das immer wieder. Oh mein Gott. Okay. So. Jawohl. Und hier müsste dann irgendwas Interessantes liegen. Ansonsten sehe ich echt schwarz. Hey. Hi Doggy. Okay. Und wie sind wir hier? Ähm. Ja. Okay. Ja. 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 Oh mein Gott. Ich dachte schon, das springt hoch. Oh. Oh. Okay. Ich hab absolut nichts gesagt. Ähm. Joach. Ihr wollt mich jetzt echt so ein bisschen verarschen, oder? Wie jetzt? Jill, du bist verletzt. Ich würde das an deiner Stelle benutzen. Okay. Gut, dann müssen wir doch jetzt leider den, ähm, äh, die Flucht dann greifen. Und wir werden jetzt mal die, äh, Shortgarn ausrüsten. Und wir müssen dann wohl oder übel ein paar Schusse opfern. Schusse. Ich gucke die Schusse auf. So, komm mal her. Hey. So ich schlafen? Kann ich? Hey, wenn ich ganz leise bin. Okay. Vergiss es. So. Und da kommt der nächste an. Ich hab ihn gehört. Ähm. Nein. Du sollst das nicht weglegen. Ja, gut. Dann eben nicht. Oh, gut. Hier liegt ja... Oh mein Gott. Hier liegt ja genug rum. Aber ich bin doch jetzt nicht ehrlich deswegen hier hingegangen, oder? Dann, ähm, komm hier erstmal. Kombiniert das mal. Und setz das einfach mal ein, weil ich glaube, die machen doppelten Schaden. Benutzen. Und, ja. Double Printation, sag ich ja. Okay, ich glaube, jetzt brauchen wir wirklich noch mehr Schrotmonie. Aber das ist kein Problem. Wir wissen jetzt, wo es welches gibt. Hier gibt es auf jeden Fall sehr viele Heilkräuter. Aber wir wollten doch jetzt nicht ehrlich erzählen, dass ich deswegen jetzt hier mein Leben geoffert habe, oder? Das möchte ich gerade nicht einsehen. Kombiniert das mal. Dann kombiniert das mal. Ja, Mix. Mix the Herb. Ich weiß zwar nicht, wie sie das mit ihren Händen macht, aber es ist okay. So lange es mir den Arsch öffnet und ihren Arsch, habe ich kein Problem damit. Ähm. A Rusty Boiler. Nichts seltsames. Nein. Nee, ist absolut nichts seltsames. Da liegen ja nur zwei tote Hunde rum. Hm, hm. Ähm, ja. Bin ich jetzt, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht. Von der aktuellen Lage. Ich habe mir jetzt ehrlich hier was erhofft. Bei diesem Raum. Schade. Schade, schade. Hier muss doch irgendwas sein. Ich meine, seien wir mal ehrlich. Wie lang? Werden diese Kräuter, äh, reichen? Vielleicht ein, zwei Parts höchstens? Es sei denn, der Part geht länger als 20 Minuten, dann wahrscheinlich nicht. Gut, das ist jetzt ein bisschen schade. Ähm, auf jeden Fall haben wir da unten... Ja. Da unten haben wir noch einen Raum. Den wir auschecken können. Ähm... Equip. Reload. Gut, dann checken wir mal das unten aus. Also wenn da unten dann nichts ist, dann sehe ich echt schwarz. Ähm. Wir müssen da lang, ne? Ja. Auch bei, das ist ja mal wieder Ironie pur, ne? Wir finden jeden Raum... Und der einzige Raum, der uns weiterbringen könnte, wurde natürlich noch nicht von uns erforscht. Auf jeden Fall muss ich jetzt mal überlegen, was ich mit dem Hund mache. Ich würde ihm... Ich würde ihm... Ich würde ihm gerne einfach ausweichen. Nein, nein. Komm, komm, hau einfach ab. Ja, dankeschön. Dogi, dogi, I hate you. Oh, ja. Oh, mein Gott. Okay. Lass mich auf jeden Fall ein bisschen Gras schlucken. Sonst werde ich demnächst fehlen. Immer das. Ähm, Karte... Ja. Der Standardweg, ne? Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Jetzt bombadieren die mich schon mit so viel Gras und ich kriege es trotzdem noch nicht auf die Reihe. Das ist so ein bisschen doof. Jetzt müssen wir... Rechts in die Tür. Ich habe jetzt mal so die leise Vermutung, dass wir da eh nicht weiterkommen werden, aber okay. Ja. Genau. Da müsste jetzt unser lieber netter Zombie kommen. Oder auch nicht. Vielleicht macht er gerade Mittagspause, keine Ahnung. Mittagspause um halb vier am Morgen. Ja, hey. Er hat Nachtschicht und so. Und Tatsache, das ist der Raum, wo wir nicht den passenden Schlüssel haben. Kann ich irgendwie nicht verstehen, aber ich werde den einfach mal umbringen. Ähm. Ja. Gut, ist okay. Sie kann ihn anscheinend nicht treffen. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein paar Herbs. Ein paar Kräuterchen. Nimm die mal mit. Wir haben ja noch nicht genug davon. Nein. Wir können die genug davon haben, weil wir immer am Verrecken sind. Hebe das mal langsam auf, während sich der Zombie über deinen Hintern her macht. Yay. Okay. Dann kombiniere das mal. Einschlüssel für diesen Raum. Vielleicht können wir hier was verschieben. Vielleicht müssen wir auch den Zombie töten. Aber wie soll ich das machen, wenn der am Boden liegt? Ich meine, denkbar wäre es, ja. Ah. Nein. Ja. Ja. Nein. Hör auf mit meinem Bein zu schnuden. Jawohl. Ähm. Fehlanzeige. Gut. Das war auch wieder völlig unnötig. Schade. Schade, schade, schade. Gut. Ähm. Ja, hab ich jetzt keine Ahnung. Leider. Können wir hier nochmal gucken. Ich meine, da hinten ist irgendwas Blaues, aber das will sie ja... Ach, guck mal, hier haben wir noch, ähm... Schrood-Money. Ich werde das jetzt mal so machen. Ich werde das jetzt mal benutzen, damit wir die Schrood-Money nehmen können. Ja, wo wir doch schon mal gleich dabei sind. Immerhin sieben Schuss. Aber das andere scheint sie nicht zu interessieren. Sehr schade, sehr schade, sehr schade. Ähm. Was ist das hier eigentlich? Ein Objekt of Art. Tja, da können wir eigentlich auch nichts machen. Hier wird sie ja nichts dazu sagen. Hier haben wir uns Sofar. Auch nichts Interessantes. Gut. Was haben wir hier? Hier ist noch was, oder? Vielleicht nur der kaputte Lichtschalter. Keine Ahnung. Das ist jetzt, ähm... Blöd. Ich meine, wir haben hier alles erkundet bis auf die zwei, drei Räume da. Aber halt, da ist noch ein Raum. Ja. Da ist noch ein Raum, aber ich bezweifle, dass der aufgeht. Das hätten wir doch bestimmt schon längst ausprobiert, oder? Aber okay. Ihr könnt sehr gerne nochmal ausprobieren. Habe ich auch kein Problem damit. Vielleicht gibt's ja in diesem Raum, wo wir eben so an noch irgendwas, und ich hab's nur verpasst, vergessen. Das müsste ja dann der Raum hier sein. Ja. Es ist von eben verschlossen. Bam, bam, bam. Ja. Und damit... ...schwindet auch der letzte Hoffnungsschimmer bei mir. Zumindest was diesen Part angeht. Gut, dann gucken wir uns mal schnell hier um. Ich kann ja... Es ist dunkel, und ich kann nicht weit sehen. Ja, nichts ist in dieser Vase. Ein Picture von... Äh, ja. Wunderschön, wunderschön, aber nichts, was uns weiterhilft. Hier vielleicht mal irgendwas. Wobei, das würde ja keinen Sinn ergeben, wenn du hier am Anfang was findest, und das dann... ...was weiß ich, wie lange du mit dir rumschleppen musst. Von daher... Ähm, ja, ich würde mal sagen... ...dass... ...ja. Bildschirmschoner, hör auf! Das war's heute mit Let's Play. Resident Evil. Directs Cut. Ich bin Asura, aka Raven. Ich werde mich jetzt ein bisschen umgucken, und... Ähm... Soll ich was finden, werde ich dann einfach ab der Stelle wieder aufnehmen. Ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt hier dauern wird, ne? Bis zum nächsten Mal. Tag malём ... ... Tag malamいい Ф acts ...